Wie versprochen noch mal ein Video vor der Klose, das ist auch eine gute Idee. Ich habe hier noch die Mesumerie geöffnet. Ich habe hier, wie ihr seht, ein paar Sachen noch hinzugefügt oder etwas anders geschrieben. Hier das habe ich so gelassen, weil warum nicht? Das ist eine wunderbare Erklärung, da kann man gar nichts hinzufügen. Hier habe ich das noch mal eingeschrieben, falls ihr euch denkt, was ist das hier? Das taucht so auf ohne Begründung. So kann man eben das auch notieren. Das ist eher seltener. Das findet man manchmal im Internet oder so sieht man das manchmal, aber das ist eher die Ausnahme. Die meiste Zeit sehen wir tatsächlich diese Version mit dem Mesumerie fallen und den eckigen Klammern. Mir habe ich noch mal hinzugefügt, ich weiß gar nicht, ob der Herr Himmel lieber das gesagt hat, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass wir das nicht notiert haben. Und das, ja, also fragt man sich, okay, was bringt mir jetzt die ganze Mesumerie? Es gibt es letztlich um die Stabilität. Mesumerie stabilisierte Moleküle sind einfach stabiler, als die es eben nicht sind. Hier kann man, also auch hier bei dem Carboxylat-Anion ist das halt auch so, das ist halt das Anion, das ist halt auch besonders stabil. Wenn man jetzt denkt, okay, wie ist das mit der Säurestärke? Da ist zum Beispiel die Mesumerie eben auch ein Grund. Ihr wisst ja, dass wenn es aus dem Proton abgibt, dann ist das Proton, ist das ja auch in der ganzen Lösung drin. Und die Frage ist, warum reagiert das Proton nicht mehr zurück mit dem Carboxylat-Anion? Das ist ja auch eine gute Frage, die man sich da stellt. Und ein Grund, weshalb das nicht sofort zurück reagiert, ist eben, weil dieses Anion sehr stabil ist. Und die Frage ist, warum ist das denn so stabil? Warum ist das Anion stabiler als vielleicht andere Anionen? Und das ist unter anderem eben auch der Grund, weshalb das Anion halt so stabil ist und das halt auch so bleibt. Das liegt an der Mesumerie. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie ihr das gesagt habt. Ich weiß es nicht. Wenn, dann wiederhole ich mich. Umso besser, dann hört ihr das eben mehrfach. Aber das ist nur so ein kleiner Ausblick sowieso. Eigentlich wolltet ihr ja, dass ich darüber erzähle. Ich weiß auch gar nicht, was ich so darüber, wie viel ich erzählen soll. Es steht eigentlich da, aber ich sage es trotzdem nochmal. Vielleicht auch ein bisschen, was erwartet mich in der Klausur. Ich würde das sehr gerne drannehmen, weil es doch ein einfaches Thema ist. Und das ist so eine typische Aufgabe, um nochmal ein paar Punkte zu sammeln. Also, bei der Primärstruktur, da sehen wir die Peptidbindung. Ich habe hier das einfach aus, das sieht ein bisschen hässlich aus hier wahrscheinlich, oder sehr klein von hier aus. Aber ich habe das ja ausgeteilt, also ihr habt diesen Ausschnitt. Also das hier ist die Peptidbindung. Und wenn wir die Peptidbindung sehen können, also ganz, ganz klar, ja, und eine genau definierte Sequenz, dann handelt es sich um die Primärstruktur. Ja, also hier vorher habe ich euch ja Tripeptide und die Peptide ja malen lassen. Und das ist, das waren auch alles Primärstrukturen. Jetzt müsst ihr euch so vorstellen, die zoomen wir quasi raus, ja. Und jetzt schauen wir uns die Sekundärstruktur an. Wichtig, die Sekundärstruktur besteht natürlich aus der Primärstruktur. Was jetzt halt passiert, ist, dass wir uns anschauen, wie interagieren die Primärstruktur miteinander. Und dabei können zwei Strukturen auftreten, das habe ich schon gesehen, Alpha Helix, dazu sage ich, das kennen wir alle. Bei Beta Feinblatt gibt es zwei Möglichkeiten, parallel oder antiparallel, können die Peptidketten liegen und die sind über Wasserstoffbrückenbindung stabilisiert. Hier sehen wir das nochmal, hier Alpha Helix und hier sehen wir auch, auch ein Beispiel von Wasserstoffbrückenbindung, hier zum Beispiel das O, mit dem H hier, Wasserstoffbrücken, da sehen wir, wie das da stabilisiert. Und auch hier meine Beta Faltblatt, hier steht, das ist auch, weiter unten steht, das ist auch antiparallel, aber das muss man jetzt nicht erkennen, ob parallel oder antiparallel. Man muss nur erkennen, wenn ihr das hier seht, okay, ich erkenne das, das muss eine Sekundärstruktur sein. Ich sehe Alpha Helix, beziehungsweise ich sehe das Beta Faltblatt. Also auch hier wiederum die Wasserstoffbrückenbindung, auch hier sehr gut zur Kennzung, wieder O und das H, dass die so halt miteinander, also halt sich so stabilisieren können, so ein Wechsel wirken können. So, jetzt zoomen wir quasi nochmal weiter heraus. Da kommen wir jetzt zur Tertiastruktur. In der Tertiastruktur ist, die besteht aus der Sekundärstruktur natürlich. Jetzt reagiert vielleicht ein Alpha Helix mit einem anderen Alpha Helix oder Beta Faltblatt mit Alpha Helix oder wie auch immer. Das knollt sich ja jetzt so zusammen, wie hier, das habe ich einfach auch auffotografiert, das knollt sich hier so zusammen. Da haben wir verschiedene, hier sehen wir verschiedene Alpha Helix Strukturen und mal ein Beta Faltblatt ist irgendwo dazwischen. Das ist halt auch alles da. Und wenn wir solche Knäuse sehen, dann wissen wir, okay, das muss die, ja, das muss nicht unbedingt die Tertiastruktur sein, es könnte auch die Quartierstruktur sein, aber ganz ehrlich, die Quartierstruktur hat noch nie jemand in irgendeiner Geschichte der Abiturprüfungen, hat euch die Quartierstruktur gezeichnet und sagt, was ist das? Also es geht tatsächlich um die Tertiastruktur, aber die Quartierstruktur ist halt wichtig für eine kurze andere Sache. Ja, wenn es eben aus der Sekundärstruktur besteht, sind, ja, Wasserstoffbrückenbindungen wieder zu erkennen. Jetzt aber erstmalig können wir Disulfit-Brücken sehen, meine Weißkräfte sind natürlich wieder da, wenn wir lange C-Ketten haben, Kohlenstoffketten, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen sind natürlich auch irgendwo da, also ionische Bindungen haben wir, also viel. Ihr seht das dann in den Aufgaben, die ihr bekommen habt, seht ihr dann auch, da muss man ja sagen, und auch in den Lösungen, die ich dann geschickt habe, seht ihr dann auch, was ist hier was? Also das ist sozusagen die Aufgabe schlechthin. Erstmal sagen, okay, was ist das für eine Struktur? Das muss die Tertiastruktur sein, weil ich erkenne das hier. Diese, die sieht man in den anderen, also vor allem so viel auf einmal, ja, darum geht es. Es geht nicht darum, dass man mal bei der Sekundärstruktur nicht auch mal irgendwas erkennen kann, ja. Das halt nicht, aber alle so zusammen, das gibt es halt bei der Sekundärstruktur. Und vor allem dieses Knäuelartige, das sehen wir halt auch nicht. Die Quartierstruktur, da gibt es halt kein Bild, weil das sehr ähnlich aussieht. Die besteht aus der Tertiastruktur, also wir zoomen quasi nochmal weiter raus. Sozusagen bei der Quartierstruktur ist die letzte Summstufe, also die Raussumstufe. Hier können wir tatsächlich noch andere Einflüsse sehen, äh, Einschlüsse, nicht. Einschlüsse sehen hier, deswegen kann das auch. Also hier sehen wir, hier ist das Hämoglobin, glaube ich. Genau, Hämoglobin und Hämoglobin, wisst ihr vielleicht, da ist Eisen, ich glaube Eisen 3 Plus ist da drin. Ja, das macht halt die rote Farbe aus, ähm, und da sieht man das halt auch. Das ist irgendwie ein größeres Knäuel, aber dieses Knäuel, Quartierstrukturknäuel von Tertiastrukturknäuel zu erkennen, ist relativ schwierig, deswegen wird das halt auch gar nicht gemacht. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man in der Tertiastruktur nicht auch mal ein Metall sehen kann. Das bedeutet das halt auch nicht. Ähm, die sind halt relativ, ähm, ja, sich da ähnlich, ja. Nur, das ist, das ist so charakteristisch an dieser Quartierstruktur, dass wir noch so Metallkation zum Beispiel erkennen. Ähm, bei uns ist halt, es gibt viele Varianten, ähm, es muss nicht unbedingt Eisen sein, es kann auch Magnesium oder was auch immer da drin sein. Und dann haben wir dementsprechend eben andere Proteine. Ähm, okay, ähm, das war's eigentlich zu diesen Strukturen. Man kann man da nicht sagen, es steht ja auch im, ihr könnt auch im Buch nochmal lesen, ähm, da steht auch nochmal was drin, aber eigentlich steht das in den, es ist nicht so viel darüber zu erzählen. Und das ist so, dass wenn man halt hören in der Klausur, wenn man dann fragt, was ist die und hier eine Struktur, dann sagt ihr das jetzt einfach, was ich jetzt hier erzählt habe, vielleicht ein bisschen besser notiert. Ähm, ich würde auch gern schon zu den Nachweisen kommen, weil das so ein kurzes Kapitel ist. Ähm, ich habe jetzt die Nachweise leider nicht mehr machen können, nicht mehr schaffen können. Aber hier findet ihr die Nachweise, wenn ihr es eingeht, Bioret und Ninhydrin, äh, findet ihr auch in den, also auch bei YouTube, gebt das mal einfach ein, Bioret oder Ninhydrin Reaktion und dann seht ihr das, was ich hier geschrieben habe. Ähm, das Interessante ist, wir können, ähm, ja es gibt jetzt halt Nachweise eben auch für die, ähm, Eiweiße. Wir können mit Bioret, beides, äh, mit Bioret und Ninhydrin, lässt sich beides mal Eiweiß nachweisen. Bioret kann keine Aminosäuren nachweisen, aber Ninhydrin kann Aminosäuren nachweisen. Also wenn man da, also es gibt vielleicht später mal, ich weiß nicht, im Abitur, wenn es da so ein paar tricky Fragen gibt, äh, ja, man will jetzt irgendwie die Aminosäure vom Eiweiß unterscheiden, ja, äh, da muss man halt doch zwei Versuche machen, ja, oder wenn es überhaupt ein Eiweiß gibt, gibt es überhaupt eine Aminosäure, ne, da muss man halt da gucken. Also man kennt das hier ganz gut anhand der Farben, ne. Genau, das habe ich auch hier hingeschrieben, ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Natürlich, äh, was ihr machen solltet, das habe ich hier nicht hingeschrieben. Ihr solltet natürlich sofort in die Nachweistabelle eintragen, dann habt ihr auch die Nachweise für Protein, das geht auf jeden Fall mit beidem, ähm, aber Ninhydrin geht nur für die Aminosäuren. Ähm, in die Nachweistabelle eintragen. Ähm, ich überlege, ob ich nochmal, wann ich in die Schule komme, ich will auf jeden Fall nochmal einen anderen Versuch noch machen über die Denaturierung. Das kriege ich hoffentlich hin, ähm, dass ihr zumindest ein Besuch nochmal von mir seht. Aber wie gesagt, ich habe mir das auch angeguckt, Ninhydrin und Bioret, das sind wirklich, ähm, das sind gute Videos. Ähm, es gibt noch eine, allerdings, ähm, schwierigere, also, ähm, Nachweis für Proteine, und zwar Xantoprotein, so heißt das. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist, ist okay als Nachweis, aber die, das weiß tatsächlich nur ganz bestimmte Proteine, also ganz bestimmte Aminosäuren nach, äh, die brauchen halt so einen Benzulring, den wir nicht kennen. Das ist da so ein bisschen, da muss man halt aufpassen, deswegen habe ich das auch gar nicht mit reingenommen, weil Xantoprotein ist so eine Sache, das kann vielleicht auch negativ sein, obwohl es ein Protein ist, ne. Aber, nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt in die Nachweistabelle, in die Nachweistabelle eintragen. So, gut, ähm, das war's jetzt von mir, ähm, wenn es Fragen gibt, dann einfach so, Fragen stellen per WhatsApp, wie auch immer, ja, das war's dann. Denk mal, ja, dann sehen wir uns, äh, erst nächstes, direkt bei der Klausur dann wieder. Gut, ja. Weiß, adhere mu? Dat, nach. Ja, dann sehen wir uns, äh, also nach, copy. Jetzt über Sie mal, ja, weiter. Daápone. Sch einzige. giornoce.